Einen ganzen Monat lang Inspirationen rund um die Klopfakupressur. Das findest du auf www.klopf-kongress.de. Seit dem 1. August und noch bis zum 31. August teilen Klopfprofis und Selbstanwender ihre Erfahrungen mit dem Klopfen. Sie leiten dich durch Klopfrunden oder erzählen von ihren Lieblingskombinationen. Sie erzählen von ganz speziellen Themen. Lass dich überraschen. Schau täglich rein auf www.klopf-kongress.de. Keine Sorge, du kannst nichts verpassen. Einmal freigeschaltete Beiträge bleiben unbegrenzt zu deiner Verfügung. Ich freue mich auf dich und ich danke allen, die zu diesem Klopfmonat beigetragen haben.